gespräch über die beantragung von elternzeit in einem büro hallo kann ich sie etwas zu elternzeit fragen natürlich was möchten sie wissen wie lange ist die elternzeit hier im allgemeinen können sie bis zu zwölf monate elternzeit nehmen es kann auf 24 monate verlängert werden wenn nötig bekomme ich während dieser zeitgehalt in den ersten zwölf monaten können sie elterngeld bekommen aber es hängt von ihrem gehalt ab danach ist die elternzeit unbezahlt können beide eltern gleichzeitig elternzeit nehmen ja beide elternteile können elternzeit nehmen aber die gesamtdauer darf 24 monate nicht überschreiten das ist gut zu wissen wann sollte ich die elternzeit beantragen sie sollten mindestens sieben wochen vorher einen antrag stellen vielen dank für die informationen deren geschehen is Untertitelung des ZDF, 2020